Wenn ich das anschnitten, dann kann er nämlich seine Waffen mitnehmen. Ziel aufs Auto. Oh ja, das ist im Auto laufen. Danke dir. Warte, vielleicht habe ich genug Geld. Nein. Oh, ich muss zu meinen Waffen! Ah, wir haben Glück gehört. Ja, aber das geht sich nicht mehr aus bei der Playstation. Dann gehen wir zu Nicken. Ein, Klammer, hier. Rein, ich komme in den Halbkreis. Also im Steady und weiter rollen. Ich rolle mit meinem Besten. Rein, wusstest du welche markiert? Nein, den habe ich getötet. Ich werde beschossen. Scheiße, ey. Ja, ich höre. Wow, war halt die gescheitste Idee von mir gerade. Wisst ihr von wo? Nein. Ja, von Nordosten. Ja, irgendwo da, ja. Ja, wir können es erst mal gehen, weil ich sehe... Ich weiß nicht, wo war ich. Ja, ungefähr da, wo... Ich hoffe, ich sehe. Aktivität! Down! Gott sei Dank. Wo ist der, Nico? Zwei Down! Du weißt, kannst du kommen. Fortsig, Alter. Ich steh drauf, wenn du deine Scheide an mir reibst. Zwei Down und triff mir immer an. Ey, wie geht's? Nein, das ist easy. Hast du mir jetzt so geschaut? Max? Ich war beim... beim Reinhold. Da bewegt sich was. Und der Reinhold macht mal zu Irak oder mehr. Reini, hast du den? Ich speichere es und lauze euch dann hoch. Wenn ihr euch auch schon kennt. Ah, du bist... Reini, was denn? Nico läuft auch zum Loadout. Loadout. Geh ich auf den Hinblick. Am Stadion oben, am Stadion oben. Bobby, ist down. Aber ich bin mir wirklich nicht, Alter. Was ist dein Problem? Das ist echt ein scheiß Problem, Typ. Entschuldigen, dass ich euch hilfe, Alter. Mach ich jetzt nicht mehr. Reini, wie kannst du meine Schweizer haben, sonst nicht? Reini, da liegt der Schweizer. Da liegt er, ich nehme die Golde nach. Die Wipe. Wo? Entschuldige, warte, das habe ich zwei. Da, da. Das Gas breitet sich aus. Okay, dann fuhr ich da ruhig. Schockiert der Typ, den kann wieder knäckern, da. Ich meine, ich brauche ihn selber. Eine Weste schützt vor Stichen. Jungs, wir müssen sehr, sehr weit. Ähm, laufen über Reini. Rück hervor. Da liegen Waffen, Plotten ohne... Achso, ich darf in die falsche Richtung, mein Fehler. Aber...